so wer lust hat bares geld zu sparen wir haben einen partner gefunden und zwar die versicherung freige wer seine autoversicherung vergleichen möchte der kann das gender hier unten auf dem link tun ihr spart bares geld was natürlich für andere dinge ausgeben könnte also wer darauf bock hat klickt einfach drunter und meldet euch an und weiter geht es so ein wunderschön guten morgen hier aus camp blind fort heute geht es weiter zum thema audi rs q3 haben wir fangen gleich die produktion aber bevor wir dahin fahren wollte ich noch etwas zeigen ja und zwar haben wir so eine platte gemacht ja was ich so ein bisschen angucken kann bei uns hier vor ort ja guck wieso ja das haben wir einmal gemacht auf jeden fall ja aber gemacht das kann man sich angucken das ist noch nicht lackiert das ist eine echte platte von der seite aussehen ja das ist kevlar carbon kevlar carbon kevlar und hier sogar dann haben wir eine zweite platte ist etwas dicker da haben wir vielleicht können wir sascha was reinschneiden und zwar das logo von dem ford weil wir haben den ford ranger umgebaut und dann haben wir es vorne ein riesiges logo prior in carbon gemacht ja da haben wir es im prinzip so carbon platten gemacht und aus der carbon platten haben wir es quasi rausgefressen das ist die buchstaben prior und haben wir auf dem grill drauf geklebt weil die unsere praktikantin die hat tamagotchi mitgebracht ja und ich glaube der hat hunger und den musik füttern ich habe auch ein schönes köchern heute von ollie gemacht so meine damen und herren wir bekommen angst hier in dem laden so sieht es aus auf jeden fall hier haben wir sogar ford carbon es gibt verschiedene strukturen von carbon auf kevlar im prinzip so was oder so zick zack oder so kleine das erinnert mich an ein spiel von früher ich weiß nicht wie das hieß ja ich musste raus suchen ja auf dem atari wer kennt von euch Atari ich schaffe mal das kommentar wer kennt von euch Atari noch machen wir auch so Klamotten jetzt fahren wir rüber in die produktion schauen was die da so machen waren dem Hyundai der hat nämlich richtig krasse Räder drauf hast du schon gezeigt habe ich dir schon gezeigt ich glaube nicht dann zeige ich euch unsere hardcore geilen Räder bei dem Hyundai der ist auch schon tiefer gelegt mit hau näher draußen ja hauptzeit es regnet nicht ehrlich ich muss eins sagen wo der manu von roti von deutschland mir das bild von den fällen geschickt hat die hätten wir auf lager ok notlösung jetzt sind die drauf ich bin die richtig fett ehrlich jetzt ich bin das richtig richtig geil vorne sogar besser als hinten weil der natürlich ein bisschen tiefer gleich ist der Sascha ist damit letztens gefahren und ich glaube der hat die aus Düsseldorf mitgebracht alter was ist denn hier los ich hoffe das kann man auf dem Video sehen wie das Auto vor der Seite da angeschossen gekommen ist ich glaube du hast auch auf N kann das sein warum bist du hart ich habe letztens mit dem hiesch autohaus gesprochen ja das kennt nichts und wir dürfen das Ding komplett umbauen auf white body und es ist soweit wir haben die front die front ist fertig Heck muss man noch fräsen nicht fräsen ist fertig nur vor dem Bau machen und ja dann machen wir das baby white body sehr gut so ich muss doch mal wir befinden uns gerade in der Produktion von uns wir haben das perfekt alles hier angepasst ja irgendwas soweit kein Millimeter das ist wirklich Millimeter Arbeit das sieht vielleicht hier aus als wenn das spart was wenn du guck mal ich bekomme nicht mal mein mein macht nicht mal das passt rein kein Millimeter obwohl das nur mit dem Heißkleber befestigt ist ja das machen wir immer das Problem ist wenn wir das richtig kleben und so weiter wir müssen es ab und zu kleben und dann nehmen kleber kleben und unternehmen ja deswegen ist das mit Heißklebpistole wenn wir das natürlich ein bisschen absichern mit einem Zug im Prinzip runternehmen ja warum machen wir das das ist alles Füller das sind Unebenheiten etc das wird so lange geschliffen gefüllt geschliffen bis quasi die die MDF Teile wirklich auf deutsch gesagt arschglatt sind und danach bauen wir die Form und wenn die perfekt gerade sind dann machen wir trotzdem noch einmal drauf ja man weiß ja nie was passiert wirklich gar nichts nicht mal ein Millimeter kann man sehen ja man sieht nix 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 auch hier ja weil das sieht aus als wenn das jetzt quasi eine Lücke wäre das hat ich weiß nicht wieso wir haben das gescannt und gezeichnet und gefräst ja das guck mal hier unten guck mal hier weißt du was ist das quasi hier eine Trennung war ja weil das leichter zum fräsen war aber das hat trotzdem wirklich hier so einen kleinen Bogen gehabt also quasi quasi so stand das jetzt übertrieben jetzt hier das geperst und hier warum auch immer manchmal passiert das da verrutscht das Teil auf der CNC Fräse oder 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 was auch immer dann hat man so einen Salat deswegen haben wir es hier noch getrennt dran gemacht und wieder zugespachtelt ja ich sag Chemie verzeiht nie ja das ist wie mit Kuchenbacken vergleichbar wenn man zu viel Zucker rein tut oder zu viel Backpulver oder zu wenig Backpulver dann passiert Käse egal wie man muss die perfekte goldene Mitte finden und das versuchen wir seit 20 Jahren das heißt dass das Teil hier ja das besteht aus nur also nur das Stück besteht ja schon aus fünf Teilen dann praktisch ja das nur bis hier angeschnitten nicht komplett durchgeschnitten auch hier die Spaltwasser guck mal hier wie schön ja guck mal hier da passt so ein dünnes Ding gerade mal zwischen ja also auch hier zum Beispiel die die Verbindung das ist schlecht mit dem Klebeband aber auch die Verbindung guck mal hier am Radlauf ist wirklich hier perfekt bis Ende guck mal sogar hier so Kleinigkeiten aber das sind wirklich jeder 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 Bogen das sind so kann man sehen auch wieder ja das wird alles eins zu eins auch am Auto an dem RS Q3 verbaut das Geheimnis was wir haben ja was wir machen weil viele sagen okay wenn ich ein Auto finanziert habe geliest habe darf ich das tun Hersteller sagt bring mir das Auto so zurück wie es war ja was wir machen zum Beispiel wir verlieren das Auto ja auch wenn das nur Steinschutzfolie ist wenn der Kunde sagt okay ich möchte aber ein schwarzes Auto behalten also kein Farbwechsel dann verlieren wir das Auto quasi mit Steinschutz kleben wir die Teile auf dem Steinschutz drauf auf die Steinschutzfolie und irgendwann Riesingerugläufer etc nimmt man hier in der Ecke zieht man und dann bekommt man die Verbreiterung und alles wieder runter es ist auch nicht so dass die Teile nach zwei Jahren nichts mehr wert sind ja das ist schon ich sag mal kriegt man meistens so die Hälfte wieder nach zwei drei Jahren ja aber sonst könnte man denken man zieht die Folie ab okay Bodykit was man gekauft hat alles für die Guts alles umsonst gekauft aber nein nein also im Prinzip es gibt natürlich bestimmte Marken so kleine äh äh kleinere Bodykits die wo so Spoiler vielleicht 200-300 Euro kostet ja da gibt man ein kleines Mark aber hier bei den großen Bodykits ist das äh sehr gut ne hier ist kleber und hier bis hier und hier auch hier gar nichts obwohl das nur an zwei Stellen geklebt ist ja hier muss der Spalt ein bisschen größer sein ja weil die Türen sind nicht alle 100% gleich ja es kann sein dass die Tür wirklich ein Millimeter nach so gekippt ist ja und schon haben wir ein Problem deswegen hier bleibt etwas größerer Spalt Hauptsache der Spaltmaß hier ist überall gleich ja das ist das Wichtigste in der ganzen Geschichte ne wenn die Tür nur wirklich ein Millimeter denkt ihr ach ein Millimeter das ist ein Millimeter ja so hängt oder so hängt oder nach links nach rechts die Autoindustrie ist auch nicht perfekt die machen wirklich super Arbeit gar keine Fertigkeit muss jetzt niemandem schlecht machen was wir nicht denken irgendwie äh was gegen wegen dieser Marke hier oder so nein jedes Auto hat kleine Differenzen ja es ist wirklich so hundertprozentig ich erkenne zum Beispiel wenn ich zum Autohaus gehe egal welche Marke die haben immer hier da bisschen minimale Differenzen kleine Spaltmasse Unterschiede und so weiter nicht jedes Auto ist 100% gleich deswegen deswegen hier lieber drei Millimeter Pause ja 100% sicher das wird am Ende wirklich top aussehen da werdet ihr sehen ja hier geht das weiter auch hier schön guck mal hier das alles hier eingearbeitet ist im Prinzip könnte man so machen dass die Verbreiterung hier endet so und das Teil an diesem Teil dran wäre so verläuft so rein verläuft genau aber wir haben das so schön gemacht ja quasi wie der Original hier ist Original Spaltmaß Spaltmaß ne Spastmaß Spastmaß auf jeden Fall hier ist der Original Spaltmaß und das haben wir so gemacht quasi nicht hier sagen wir getrennt sondern einfach wirklich schön hier wie Original verläuft ne so sieht es aus Heckklaß Spoiler den haben wir vorhin hier in der Mitte geteilt gehabt guck mal hier ein bisschen gucken das haben wir verklebt mit Glasfaser Spachtel kann man auch verkleben mit Spachtel jetzt natürlich hier null Spaltmaß null ja also so große Teile werden immer in zwei geteilt ne oder meistens ne wir haben eine kleine Fräse ja und natürlich wir können auch wenn wir so ein Block kaufen ja von MDF dann können wir zum Beispiel wenn wir irgendwas über haben irgendwie so ein kleiner Klotz bleibt über weil zum Beispiel der Frontpolar ist so ja so da ist die Miete komplett frei dann können wir die zum Beispiel die Miete rausnehmen und ich sag mal so zwei Hälften davon aus der Miete fräsen keine Verschwendung am Material Material kostet Geld und natürlich dann haben wir lieber eine kleine Verbindung als wenn wir hier Vermögen für Material ausgeben was schon sowieso so teuer ist auch hier mal hier kann man hier was sehen guck mal das ist minus null ist nix gar nix wirklich gar nix das sieht jetzt aus wie so abgehakt aber hier ist der originale Lufteinlass bei dem Teil das sieht echt gut aus ich freue mich sehr 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 auch so wenn du jetzt von hier schaust du siehst die Seite und dann den kleinen Spoiler den Flügel hinten drauf das sieht schon sehr sehr gut aus das wird das wird brutal aus sieht mit Folie schon gut aus ich kann nimm dir mit Folie also das bedeutet nicht verlieren das so verlieren wir nicht verliert aber nicht verliert nicht verliert kannst du vielleicht von da wenn du von da hin Sascha gehst ja da kannst du von da vielleicht ja kletter mal ein bisschen hier liegen ganz viele Teile überall deswegen ist das sehr problematisch hier wir platzen aus allen und alle nähten so sieht es aus guck mal schon von vorne oder was du damit machen kannst ich glaube ganz nach oben hingehen und von oben kurzes Bild nach unten machen so und kannst du was sehen von da oben Sascha ja sieht man da was sieht gut aus also ich nehme die White Modis je weiter man so ein bisschen weg geht desto breiter wirken die ne der macht sich hier leer auf jeden Fall so sieht es aus ich komme runter ja so auf jeden Fall bei dem Projekt fehlt noch der Frontspoiler die Seidenschweller und der Fusor ja fehlt noch und wir werden in nächster Folge wenn wir euch zeigen wie man zum Beispiel das Auto Form baut ja also für diese Teile nicht für das Auto sondern für diese Teile wie man eine Form baut seid gespannt und bis zum nächsten Mal tschüss auf jeden Fall Bis zum nächsten Mal.